Habe ich nicht erzählt, dass ich mich über das Copyright aufgeredet gekriegt habe? Ja, ne? Ich glaube schon. Das ist halt so ein Blödsinn. So, wir gehen mal raus. Ja, machen wir. Wir haben Spaß in der Backen. Ich habe meine Grenzen auch nicht gefunden. Achso, okay. Dann nimmst du den. Dann nehme ich den hier. Es geht doch nichts über kalten Stahl an einem heißen Tag. Was ist Nacht, Senorita? Jetzt kriege ich wieder ein Copyright, weil ich selbst gesungen habe. Das sind nur Vorurteile. Was ist das für eine Marke gewesen, ey? Passiert auch nur Bier. Oh, da rückelt schon wieder einer rum. Ich habe sie nicht gehört. Ich habe sie nicht gehört. Ich habe sie nicht gehört. Ich bin getroffen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich mache so den Aufblatt und dann komme ich nicht mehr mehr runter. Ich mache so den Aufblattung. dann macht doch nicht auf dich aufmerksam wir sind schon im ring laufe ich meine zum spaß im kopf jetzt geht's los ja dieses paket sollten wir uns definitiv ansehen so 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 Oh Hoffentlich macht mein Partner was. Wohooo, wir treten alle in die DAS. Dylons, wir haben noch einen Mutant, und der Ring ist direkt da. Das glaub ich nicht. Das war's. Wie soll man das machen, ey? Ja. Willkommen zurück. Oh, Carpagy! Precioso! Feuer! Das hier ist der falsche Ort für dich. Außer du strengst dich mehr an. Wo gehst du denn jetzt hin? Machst du Urlaub oder was? Was soll das? Achso, er haut ab um die Ecke. Gut gemacht. Die Rache ruft! Lade Schere! Los, los! Die Rache ruft! Ist das einer von uns? Einen hab ich schon wieder. Was ist denn was los, was? Was ist denn was los, was? Zehn Sekunden bis der Ring dich fliegt. Und noch ein, ein, ein... Eine Platz muss man noch gut machen. Ja, ich schenke mich vor, dass wir uns definitiv definieren. Ja, das ist ein Blut. Also, die Rache ruft! Oh, die Rache ruft! Oh, es ist ein Blut! Oh, das ist ein Blut! Jö, Frau, da drüben! Da drüben ist doch jemand anderes! Ey, das kann nicht sein, ey! Er holt zwei weg! Komm halt durch! Nicht dein... Komm wieder weg! Komm wieder weg! Komm wieder weg! Ring ist doch die Ecke! Wenn wir haben, 70 Sekunden! Komm wieder weg! 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 Wir sind nicht nicht! Komm wieder weg! Komm wieder weg! Glaub ich nicht, ne? Führt oft zu einem schlechten Ende. Ja, komm! Ah, jawoll! Das Ding ist um die Ecke. Und wir haben 30 Sekunden. Du willst mehr? Gut! Nö, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht! Ah, scheiße, ich hätte ihn erledigen müssen. Hei! Geh genug geschlafen! Willkommen zurück! Geh genug! Ich bin nicht, das geht nicht! Fertig! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Lade meine Schilder! Und los! Gibt's doch gar nicht ey! Mann! Bleib da oben! Jawoll! Komm! Willkommen zurück! Kann nicht sein ne? Ja toll du Kasper! Ihr seid die Apex Champions! Holt euch nicht darauf aus! Naja gut! Es war zumindest ein hartes Gefecht! Ja gut! Ja gut! Ja gut! Scheldet den Tann? Ja gut! Ja gut! Untertitelung des ZDF, 2020